The Streets will never forget George Banachotopoulos. Sein Name war der Endgegner für alle Leifticker-Schreiberlinge, aber er sorgte dafür, dass jeder schnell viel Übung bekam, denn der Belgier war fast immer im Mittelpunkt des Geschehens, wenn er für den FC Gratkorn am Rasen stand. 54 Tore und 26 Assists in 158 Zweitligaspielen, sieben Jahre lang verbreitete der Stürmer im Gratkorn-Trikot Angst und Schrecken in den gegnerischen Strafräumen. Seine Karriere ließ er dann in Lebring und Parseil ausklingen. Auf einer Skala von 1 bis 100, wie legendär war eigentlich George Banachotopoulos? Patrick, du darfst wie immer vorher... Allein für den Zungenbrecher-Namen Respekt, ich gebe ihm 70. Pax Gratkorn, Legende, 75. Von mir bekommt der Mann mit den elf Vokalen in seinem Namen 77. Und jetzt gibt es noch ab in die 90. Episode der Zwarer-Konferenz. Die 90. Episode der Zwarer-Konferenz. Gehen wir es an. Super. Geht's? Und ich schaue da rein. Okay, muss auf der Weg setzen. Ich schaue an, Liga 2. Auf Laola 1. Ich schaue an, Liga 2. Ich schaue mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an. Hallo und herzlich willkommen zur Zwarer-Konferenz. Wir schreiben Episode 90 der GRK marschiert Richtung Bundesliga. Der FC Dornbirn lebt und Trainer defekt bei der Vienna. Danke für das schöne Wortspiel an die Kollegen von First Vienna News. Wir haben also viel zu besprechen. Was sagt ihr eigentlich zum Comeback von Stefan Raab? Habt ihr das überhaupt mitbekommen? Stefan Raab gibt ein Comeback. Hat er jetzt genug Likes gesammelt? Er hat keine 9 Millionen Follower gesammelt, sondern nur 2,8. Stand Dienstag um, keine Ahnung. Er wollte das nicht sammeln bis... In den ersten drei Tagen wollte er 9 Millionen Follower haben. Dann gibt es ein Comeback von Stefan Raab im Fernsehen. Ich glaube, er hat damit gerechnet, dass er es nicht schafft. Es wird einen Kampf gegen Regina Halmich geben. Einen dritten Kampf. Das hat es ja damals rund um die Jahrtausendwende gegeben. Diesen Fight. Stefan Raab gegen Regina Halmich. Und es gibt, weiß ich nicht, eine Revanche. Das war jetzt im letzten Video nämlich zu sehen von Elton und Stefan Raab. Schau mal ganz kurz in unsere Gesichter. Sicher kenne ich Stefan Raab. So sieht Hype aus. Aber halt, ich habe das nicht so ernst genommen im ersten Moment. Dann habe ich es vergessen. Und jetzt würde ich es erwähnen. Das gibt es wirklich. Ja, es ist gar nicht mehr. Scheinbar, es gibt ab heute Tickets zu kaufen. Und im September gibt es einen Kampf Stefan Raab gegen Regina Halmich. Ich glaube, Stefan Raab funktioniert im Jahr 2024 aber nicht mehr. Ich muss sagen, Stefan Raab fand ich schon immer geil. Also ich habe damals zu Schulzeiten dann noch TV Total angeschaut. Vor allem die ersten zehn Minuten, wo er seine Witze herauskanntert hat. Und dann habe ich meistens eh abdrückt. Aber die Gäste habe mich nicht mehr interessiert. Ja, still und heimlich, habe ich das dann noch geschaut. Das war es aber dann auch wieder. Ich fand die Stock Car Crash Challenge, da fand ich auch immer ganz geil, sehr ganz Formate, aber willkommen zurück. Was heißt funktioniert oder funktioniert nicht? Das haut sich einfach nur mit Regina Halmich aufs Maul, oder? Ja, aber wenn, also sagen wir so, ich glaube, ein Comeback an sich von Stefan Raab so in einem wöchentlichen Rhythmus würde gar nicht mehr funktionieren. Ja, weil Puffpuff seine Sendung ist immer noch. Ja, aber es ist auch so semi. Erfülle ich gar nicht mehr. Ich nehme ja nicht. Wer sind denn so eure Late-Night-Show-Moderatoren, die ihr liebt? Ich gehe jeden Tag um halb zehn schlafen. Okay. Meine Late-Night-Show-Moderatoren sind die jeweiligen ZIP-20-Hosts. Okay, und wer ist da dein Favorite, Harald? Habe ich keine Ahnung. Echt, nie Late-Night oder irgendwas? Willkommen in Österreich. Schaue ich schon immer mal wieder gerne, wenn es sich ausgeht, sonst TvTik. Aber sonst schaue ich eigentlich auch nicht so wirkliche Shows. Kein Jan-Buhl-Moderatoren-Fan war ich mit dabei. Ja, finde ich schon cool, schaue ich aber nicht. Die Frage ist, schaut er und hört er uns? Das glaube ich nicht, obwohl er fußballinteressiert ist. Da schaue ich ihn auch nicht. Ja, auch Werder Bremen-Fan. Gemeinsam mit Oli Schulz ja bei Fest und Flauschig wäre Oli Schulz ja Heiß-Fan-Fan. Ja, stimmt. Vielleicht Werder Bremen mal und Marco Krüll-Thema bei Fest und Flauschig würde ich auf jeden Fall feiern. Ich ganz großer Jan-Buhl-Moderatoren-Fan. Wie schaffen wir jetzt die Kurve zur Liga 2? Fest und Flauschig geht es auch momentan in der Admiral-Zweiten Liga zu. Was bleibt euch von dieser Runde in Erinnerung? Ich glaube, der GERK wird Meister. Das ist jetzt völlig verrückter Take, ohne dass wir den abgesprochen haben. Hot-Tag. Kurzes Hot-Tag-Intro. Kurzes Hot-Tag-Intro. Der GERK wird Meister und steigt auf. Damn. Findest du, der Kader muss aber noch aufgebessert werden? Darüber finde ich sollten wir nachher reden. Ja, das werden wir auch wieder reden, denn es gab natürlich wieder viele User-Fragen auch und es geht eigentlich immer nur mehr um den GERK-Kader für die kommende Bundesliga-Saison. Ich habe es ja schon vor drei, vier Wochen gesagt, der GERK steckt auf. Ich weiß auch nicht, warum da jetzt so pro Woche immer so ein Hype gemacht wird. Alter, ja und jetzt zu schaffen wir es. Ihr habt es ja sowieso schon geschafft, aber egal, das ist ein anderes Thema. Was bleibt dir in Erinnerung von dieser Runde? Der FC Dornbären kann hoch gewinnen und das zweimal in Folge. Hat mich schon abgeholt auf jeden Fall jetzt da unter Uri. Aber das ist auch mein Take. Soll ich beginnen? Dazu nein, ich beginne. Ich beginne nämlich, wenn wir schon beim Thema sind, GERK, dann bleiben wir doch gleich bei diesem Freitagnachtspiel SV Riez gegen GERK. Bundesliga-Flair in der Innenviertel Arena, 6.210 Zuschauer bei Riez gegen den GERK. Topwert in dieser Liga-2-Saison und mehr Zuschauer an diesem Wochenende als in Habberg bei Austria-Lusternau oder dem WAC. Es ist nichts Neues, aber es gehört mal wieder gesagt, Riez und GERK agieren fantechnisch bereits auf Bundesliga-Niveau. Nur wann zieht man sportlich nach? Also der GERK in ein paar Wochen, aber wann die SV Riez? Irgendwann einmal sollten Schnittpartien auch gewinnen können. Das ist nicht die große Stärke der SV Riez aktuell. Vor allem, weil man auch sagen muss, dass sie ja gegen den GERK wirklich gut gespielt haben. Also vor allem die erste Hälfte hätte Riez ja gut und gerne einmal an Tidelschürsen kennen. Ist nicht passiert, dafür war der GERK dann einfach halt kahlschneuzig. Das sind halt eben diese Schnittspiele. Ich finde nämlich auch, dass die SV Riez aber wirklich gut gespielt hat in dieser Partie. Man belohnt sich einfach nicht in diesen Key-Partien. Und einmal mehr auf der Gegenseite eben der GERK mit dieser Leverkusen-DNA. Keine Ahnung, die sind so ähnlich unterwegs in dieser Saison mit den Spielen, die man dann in der Schlussphase noch dreht. Vor allem jetzt in diesem Kalenderjahr sehe ich da auch viele Parallelen. Denn Leverkusen nicht immer spielerisch top, aber einfach mental im Kopf so hellwach, dass die dann einfach in den letzten zwei bis fünf Minuten nochmal auch eine Partie drehen können. Und das ist beim GERK eben auch so. Also 2024 ist jetzt nicht der ganz große Hurra-Fußball vom GERK, aber sie machen eben ganz viele Punkte und sind in der Jahrestabelle auch auf Platz 1. Siegermentalität. Ja. Und jetzt wieder 1 zu 0. Thomas Mayer. Man muss aber auch sagen, dass sie schon noch ein bisschen ein Glück hatten, dass sie nicht in Unterzahl geraten sind in der ersten Halbzeit, weil Yannick Oberleitner schon mit Gelb vorbelastet hat. Der Zweikampf hätte man gut und gerne auch Gelb zeigen können. Der Schiedsrichter hat die Gelbe ja schon in der Hand gehabt, dann haben sie aber nicht mehr gewusst, wer das Foul begangen hat. Das extrem unglückliche Situation von Schiedsrichter Altmann. Maximilian Senfte auch eben im Interview eben gesagt, dass im Spielertunnel am Weg zur Halbzeitansprache mehr oder weniger, ich glaube der Altmann war der Schiedsrichter, der eben gesagt hat, das war ein Blackout zu wissen, haben nicht mehr gewusst, wer das Foul begangen hat. Und deswegen blieb dem GERK kurz vor der Halbzeitpause ein Platzverweis erspart. Ja, aber es ist nicht komplett egal, wer das Foul begangen hat, sondern wenn du diese Aktion mit Gelb ahnden möchtest, ist es ja egal, ob der jetzt schon Gelb vorbelastet ist. Ja, aber sie wussten ja nicht, wem sie es zeigen sollen. Ja, eh, aber dass er dann die gelbe Karte zurückkommt. Das ist ja strange, oder? Also wenn du dann siehst, der hat schon Gelb, den darf er nicht nochmal Gelb geben, weil sonst ist das, dann ist das Vergehen zu wenig, aber… Hätte er dem zweiten involvierten Spieler einfach Gelb zeigen sollen. Ja, es war auf jeden Fall kurios, aber… Für nichts tun. Es ist eine typische GERK-Partie gewesen in diesem Jahr. Also wirklich über Weiterstrecken jetzt nicht so dominant, aber dann eben in den Momenten, wenn es darauf ankommt, das Tor erzielt. Thomas Mayer mit, ich glaube, seinem ersten Tor im GERK-Trikot. Eine wilde Szene danach bei der Auswechslung von Michael Ciccour, der ja da die Betreuerbank fast zertreten hat, also komplett on fire gewesen, hat da überhaupt nicht verstanden, warum er ausgewechselt worden ist, aber hat sich danach auch wieder beruhigt, war mit dabei bei der Jubeltraube nach Schlusspfiff und dennoch der GERK einfach auf dem Weg Richtung Bundesliga. Und es gab auch wieder viele Fragen von den Usern, die würde ich gerne mit euch so ein bisschen durchgehen. Nur zu. Harald, Stadtklub-Boys hat die Frage gestellt, in welcher Runde entscheidet sich die Meisterschaft endgültig? Du hast ja da schon eine genaue Vorstellung. Ich habe eine genaue Vorstellung, wie das ablaufen wird. Und liebe GERK-Fans, ihr könnt eure Kalender zücken und auch jetzt gleich auch schon diverse Reisen buchen. Der GERK wird erst in der 28. Runde Meister. Das ist der 17. Fünfte im Auswärtsspiel gegen Stripfing in Floridsdorf. Das trifft sich nämlich so gut, weil am 20. Fünften spielt der GERK in Floridsdorf gegen den FAC. Das heißt, sie werden am 17. am Freitag Meister, am 17. und 18. Freitagabend, Samstagabend, Party in Wien, am 19. Ausschlafen, am 20. noch einmal antreten in Floridsdorf. Da braucht man leider mal nach Graz zurückfahren, da kann noch der Rest über Pfingsten gleich in Wien bleiben und feiern, liebe GERK-Fans. Wo feiert der GERK, ist die Frage. Am Rathausplatz könnten sie vielleicht in Wiener Rathaus. Ich dachte gerade an einen Gruppplatz. Also sehe ich, wo gehen sie hin? Passage oder sowas. Ich wäre für Chelsea oder sowas in der Richtung. Flex oder Chelsea. Gibt es irgendwas mit Steirer-Bezug? Ich meine, außer Steirer-Eck oder sowas. Die hätten jetzt schon Meister werden müssen an diesem Wochenende. Ich meine, okay, sie spielen nicht in Wien, aber Steirer-Test ist wieder an diesem Wochenende. Da wäre es ja aufgeklickt. Jetzt am Rathaus gleich Meisterfeier machen können. Ja, aber ich glaube, in Wien gibt es genug Möglichkeiten zu feiern. Es gibt viele Lokale, die Murau haben zum Beispiel. Ja, von dem her, da findet man schon was. Aber ich glaube nicht, dass der GERK in der 28. Runde Meister wird, sondern, dass sie das schon eine Runde davor fixieren. Ich habe mich da ein bisschen durchgespielt mit dem Tabellenrechner und bei mir ist rausgekommen, in der 27. Runde im Heimspiel gegen den SV Horn fixiert man den Titel schlussendlich. Ich glaube, dahinter, was habe ich da gehabt? Ich glaube, EDS vor Ried, wenn ich mich nicht täusche. Also von dem her, ich glaube, Ried, dann Leoben und das kennen. So ist es bei mir in etwa rausgekommen. Ja, man darf auf jeden Fall gespannt sein. Bei mir ist es eine Runde noch weiter davor, also sogar in der 26. Runde Heimspiel gegen die Admirer. Da wird der Aufstieg des GERK besiegelt. Schauen wir mal, 26., 27. oder 28. Ich meine, wir können einmal fix sagen, der GERK wird in Graz oder Wien Meister. Ja, das stimmt. Das ist fix. Das kann man einloggen. Weitere Frage. DM Kölli. Ist der GERK im Falle dieses Aufstiegs? Also ist, eurer Meinung nach, ein verdienter Aufsteiger? Ja. Ja. Alles anders als ja. Also Entschuldigung, so viele Punkte Vorsprung. Ich werde es dann eh nachher nochmal auch erwähnen. Auch rein vom Punkteschnitt her gab es nach 21 Runden nur zwei Teams, die mehr Punkte am Konto hatten. Also von dem her, definitiv verdient der Aufsteiger. Da passt einfach auch das ganze Package. Und ich glaube, die Bundesliga freut sich auch sehr, dass der GERK aufsteigen wird und da natürlich auch viele Zuschauer mit raufnimmt in die Bundesliga. Der Marco Mitterböck hat die Frage gestellt, ist der GERK-Kader reif für die Bundesliga oder muss er nicht doch ordentlich umgebaut werden? Ich würde dem GERK empfehlen, nicht ordentlich umzubauen. Ich glaube, den größten Fehler, den man machen kann, ist, wenn man aufsteigt, dass man dann irgendwie sagt, okay, ja, da vielleicht noch und da vielleicht noch und da vielleicht noch und dann diese Mannschaft, die sich erstens verdient hat, Bundesliga zu spielen und zweitens, wie wir es jetzt schon besprochen haben, die über Monate hinweg diese Siegermentalität und dieses Selbstverständnis entwickelt hat, die dann komplett zu zerreißen mit Spielern, die vielleicht sogar qualitativ ein bisschen hochwertiger sind, glaube ich, wäre ein Fehler. Der Auftritt in der Saison ist sehr reif. Also ich glaube, diese Ehrenrunde, die sie ja jetzt doch drehen mussten diese Saison, nachdem es letztendlich geklappt hat, hat ihnen auf jeden Fall auch gut getan. Großartig, Kaderumbruch, da schließe ich mich auch dem Harald an. Sofern da jetzt nicht sehr viele Schlüsselspieler wegbrechen, würde ich da jetzt auch nicht allzu viel. Punktuell vielleicht noch verstärken, aber ansonsten die Euphorie mitnehmen in die kommende Bundesliga-Saison. Vor allem so eine Premieren-Saison in der Bundesliga, da lebt er ein Aufsteiger schon auch noch sehr von der Stimmung, von der Euphorie, also ein Didi Elsnick, mach nicht zu viel, es ist schon gut, wie es momentan ist. Und da war noch eine kader-technische Frage von Franz Ferdinand gekommen. Soll Marco Perchtold eine Saison verlängern? Ja, sehe ich nicht anders. Das ist ja eigentlich die Klammer, die da gesetzt werden muss. Marco Perchtold beim letzten Bundesligaspiel des GRK vor, was war es, 16, 17 Jahren fast, mit dabei gewesen gegen die SV Ried im Mai damals jährt sich das Ganze. Also ich glaube, das wäre ein perfekter Abschluss. Und ich habe mal mit einem Kollegen, ich sage jetzt nicht den Namen, über Marco Perchtold gesprochen. Und der hat eben auch gemeint, dass Marco Perchtold einer der intelligentesten Spieler ist, die der GRK einfach auch hat. Der macht kleine Fouls, der macht taktische Fouls, wenn es nötig ist. Er ist einfach auch für solche Situationen enorm wichtig. Erfahrung hat er genug gesammelt in den letzten fast zwei Jahrzehnten, 15 Jahren, sagen wir so. Und von dem her, glaube ich, braucht er auch diese Erfahrung in der Bundesliga. Vielleicht jetzt ja dann nicht immer für 90 Minuten. Auch in der Kabine. Aber auch in der Kabine. Er ist, glaube ich, ein wichtiger Mann für den GRK. So, schließen wir das Thema ab, machen wir weiter mit weiter unten, denn das Mittelfeld interessiert uns heute eher weniger, sondern der Abstiegskampf, Patrick. Jetzt darf ich. Jetzt darfst du. Meine Headline, die Dornbirner Auferstehung. Kick it like Ori. Seit der Niederländer das Trainerzept übernommen hat, weht ein Dornbirner Sturm über die gegnerische Abwehr. 4-1-Darby-Sieg in Bregenz, jetzt ein 4-0 gegen Horn. Das macht acht Tore in zwei Spielen. Schon wild. In den vorigen 19 Runden traf Dornbirn nämlich nur zehnmal in Schwarze. Ich meine, die verlieren zwölf Spiele in Folge und dann gewinnen sie zwei Partien, darunter ein Darby-Sieg gegen Schwarzwald Bregenz. In Bregenz vor allem. In Bregenz. Kann man da wirklich von einem Uri-Effekt sprechen oder was hat er jetzt da anders gemacht als Roman Ellenson oder Thomas Siener-Siegler gewonnen? Ja, bestimmt. Aber wie ist es dazu gekommen? Ich glaube einfach für manche Trainer zerreißt du dir halt mehr das Hemd und ich glaube Uri ist so eine Identifikationsfigur, auch halt eben in Dornbirn. Und ich glaube, der hat was an sich, der nimmt die Spieler einfach in einen Bann mit und ich glaube, die rennen halt eben für ihn auch die extra Kilometer. Er ist natürlich ein komplett anderer Typ wie Roman Ellenson oder Thomas Janaschitz, die ja doch eher ruhiger sind und eine Regorie. Da ist schon viel Entertainment auch dabei, rein bei den Interviews schon. Ich weiß nicht warum, er gibt mir immer so Papa-Vibes. Papa Uri nennst du ihn das nächste Mal. Beim Media-Tradern im Sommer. Hallo Papa Uri. Ja, das wäre gut. Sie haben halt einen Schocker, der jetzt hat er trifft. Renan kommt zurück, drei Spiele, zwei Tore, alle 40 Spielminuten. Ja, auch das natürlich wichtig für Dornbirn, dass da jemand ist, der jetzt auch kontinuierlich trifft und ich bin gespannt. Also ich habe auch eine Frage gegeben von Paparazzo Orange, was macht Eregory anders als seine Vorgänger und ist mit Blick auf das Frühjahr 2023 der FC Dornbirn die neue KSV, damals ja Abdullah Ibrakovic gekommen und den Kapfenberger Falken nochmal Leben eingehaucht. Ist eben schon ein Unterschied. Ibrakovic hat damals Kapfenberger verlassen, wo es eigentlich schon gut gelaufen ist. Eregory in seiner ersten Amtszeit bei Dornbirn, da hat er in, ich habe es mir rausgesucht, in 15 Spielen nur zwei Siege geholt. Also der hat jetzt in dieser zweiten Ära gleich viele Siege geholt, wie in seiner ersten Ära beim FC Dornbirn. Hat es noch eine Ära beim FC Dornbirn gegeben bei Eregory vor 10, 15 Jahren, bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube nicht. Aber egal. Von dem her bin ich schon etwas überrascht, dass es jetzt so gut läuft. Ja, ich meine, um den Rothosen des Schleiferl neuer Kapfenberger SV umzuhängen, ist es mir noch eine Spur zu früh. Also sollen sie einmal das beweisen, dass das jetzt nicht nur zwei kleine Strohfeuer waren. Und dann reden wir weiter, also nach 180 Minuten, da geht mir das ein bisschen zu weit. 10 Punkte Rückstand auf den SV Stripfing auf Platz 13, das rettende Ufer. Ich habe es ja schon heute erwähnt, ich habe es ein bisschen durchgespielt mit dem Tabellenrechner und der FC Dornbirn bei mir nach 30 Spieltagen auf Platz 13. Und damit sportlich, egal was da jetzt noch lizenztechnisch passieren sollte, den Klassenerhalt geschafft. Es kommen jetzt auch wirklich ganz wichtige Spiele auf die Dornbirner zu mit Amstetten, Vienna und Stripfing. Ja, das sind sehr entscheidende Partien, vor allem, weil ich glaube, in den letzten Runden, dann treffen sie eigentlich nur auf Mannschaften aus den Top 5. Und da wäre es natürlich schon jetzt sehr, sehr gut, wenn sie die nächsten Partien da gegen die direkte Konkurrenz für sich entscheiden. Ich bin auch optimistisch, was das betrifft, dass sie das schaffen. Also ich glaube, die Auferstehung, sie wird auf jeden Fall für diese Saison auf jeden Fall funktionieren. Der Aufguss zum Aufstieg. Roter Lachs hat auch geschrieben, User, Hot Take, aber Dornbirn schafft den Klassenerhalt noch. Was sagst du, Harald? Ich bin mir da nicht so sicher. Auch lizenztechnisch, bin ich mir da nicht so sicher. In Summe ist mir das, würde ich mich über den Tag noch nicht drüber trauen. Dann sagen wir, sportlich würden sie den Klassenerhalt schaffen. Lassen wir jetzt einmal die Lizenzen weg. Auch da. Dann gibt es andere Vereine, die auch noch wackeln können. Auch das würde ich jetzt noch nicht behaupten. Auch da verdampft die Vorstellung. Sorry. Macht nichts. Ich weiß nicht, so wird es nach irgendeinem Osterschmähwäng aufgestellt. Wurscht. Und, das war's? Ja, das war's. Hat Eregorie den Stein weggerollt. Weiß ich nicht. Religionsunterricht, wurscht. Wir haben den Aufstiegskampf, den Abstiegskampf bereits beackert. Wandern wir etwas weiter nach oben zum FC Liefering, Harald. Meine Headline. Der Traumstart des FC Liefering. Der FC Liefering hat sich mit einem Traumstart ins neue Jahr aller Abstiegssorgen entledigt. 13 Punkte haben die Jungbullen aus den ersten sechs Spielen 2024 gesammelt. Nur einen weniger als im gesamten Herbst. Und plötzlich sind die Salzburger punktetechnisch Platz zwei näher als einem Abstiegsrang. Es ist wie immer, oder? Ich meine, gefühlt, FC Liefering, nach dem Jahreswechsel läuft es einfach besser. Ich meine, es hat ein paar Jahre gegeben, wo es über die ganze Saison sehr gut gelaufen ist. Aber das ist schon fast Tradition, dass die Jungbullen nach dem Jahreswechsel wie ausgetauscht agieren. Einerseits sehr variabel. Neun verschiedene Torschützel. 2024 schon. Mit Klucka Reischl, der schon drei Tore erzielt hat, der ganz gut trifft. Mit Verhaunig, mit zwei Toren. Verhaunig? Ja. Verhaunig, oder? Noch einmal, bitte. Ich würde ihn jetzt einfach Philipp Verhaunig nennen. Sehr schön. Verhaunig. Du bist Kärnten näher. Jetzt komm, sag es mir, er ist Wiener. Philipp Verhaunig. Ja, du? Warte, komm. Verhaunig, das ist ein O. Das ist ein O und U, das kann ja nicht Verhaunig sein, das muss ja Verhaunig sein. Verhaunig. Aber das klingt ein bisschen auch zu Org ausgesprochen mit einem Verhaunig. Der darf rein vom Namen her kein Star werden. Verhaunig. Nein, läuft aber gut, ja. Interessante sind, eine Spur älter als in den letzten Jahren. Also Trainer Ono Zinil setzt ein bisschen mehr auf Erfahrung. So im Durchschnittsalter heuer so zwischen 19,4 und 19,9 Jahren. Puh. Und das ist so alt, wie sie zuletzt unter Janusz Gora waren. Die legendäre Ära. Ja, die legendäre Ära unter Janusz Gora ist schon ein Zeitl her. Er macht sich bezahlt. Richtig ist eine Jahrentruppe. Ja, für den FC Liefering schon. Tatsächlich stummt zwei teilweise jünger als der FC Liefering aktuell. Er macht sich auch bezahlt, dass Ono Zinil aktuell den FC Liefering dem ÖFB-Team vorzieht. Er war jetzt zum Beispiel nicht in Spanien in Mabea dabei beim ÖFB-Camp, sondern ist in Salzburg geblieben, um mit dem FC Liefering zu arbeiten. War dann aber bei den Länderspielen als Assistent von Ralf Ragnick sehr wohl im Einsatz. Soweit ich das verstanden habe, der einzige Ragnick-Assistent, dessen Vertrag nur von Lehrgang zu Lehrgang verlängert wird. Wirklich? Vielleicht schreibt er auch noch Annoten. Das ist strange. Aber nein, es läuft wirklich sehr gut. Wenn man sich jetzt auch hier die Jahrestabelle ansieht, auf Platz drei, hinter dem GRK und Punkte gleich mit Leoben und man hat nur einen Punkt weniger geholt, 2024, als der GRK. Also das spricht schon auch für einen raketenhaften Aufstieg des FC Liefering in diesem Jahr 2024. Also die sind safe, da wird es jetzt keine Abstiegsängste mehr geben. Da läuft es dafür zu gut und damit sind unsere Takes abgearbeitet. Wir machen eine kurze Pause und sind dann zurück mit dem Gutenfokus. Entschuldigung. 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 Gemeinsam mit unserem Sportwettpartner Admiral blicken wir auf das Admiral-Topspiel der kommenden Runde, das da lautet Admirer gegen den FAC. Die Quoten lauten Sieg Admirer 2,45, Remi 3,25 und Sieg FAC 2,70. Die Admirer feierte erstmals seit Anfang 2019 drei Siege in Folge. Läuft es jetzt endlich? Kommen die jetzt wirklich mal in einen Flow rein? Könnt ihr euch noch erinnern, als ich gesagt habe, der FAC wird Zweiter, weil die defensiv so stabil sind? Das waren noch die Zeißen. Sieg im Gegenteuer in drei Spielen. Ja, 1 zu 4 gegen den FC Liefering, davor aber gegen den SK 2 zu 1 gewonnen. Und 1 zu 2 gegen Laufmütz. Ja, eh. Man muss natürlich auch bei Admirer die drei Sieger richtig einordnen. Man hat jetzt ja gegen Dornbirn am Stetten und Sturm 2 gewonnen. Ich habe gerade gehört, Dornbirn ist quasi fast schon weg zum Meistertitel. Ja, gefühlt schon, aber trotzdem sind es eben die Plätze 16, 15 und 14, gegen die sie jetzt die Siege geholt haben. Ja, aber auch die muss man mal... Ja, eh. Aber ich glaube, der FAC, das ist jetzt schon ein anderer Gradmesser. Also schauen wir mal, wie es da dann auch wirklich läuft. Seit dem Abstieg der Admirer hat es nämlich keinen Sieg noch gegeben. Der Admirer gegen die Floretsdorfer. Es gab einen FAC-Sieg und zwei Remis. Und der letzte Admirer-Sieg dementsprechend schon etwas längerer her. Nämlich im Cup 2013, zweite Runde mit einem 6 zu 5 im Elfmeterschießen, konnte sich die Admirer durchsetzen. Damals noch die Admirer mit Schwab, Rusek oder Windbichler. Und natürlich Oetraogo. Mhm, cool. Wahnsinn, ja. Sollen wir jetzt sagen, wie es ausgeht, oder? Ja, bitte. Patrick, wie geht es über die aus? Der Admirer batzt sich an. Das war es mit der Siegerserie. Der FAC wird das gewinnen mit 2 zu 0. Es wird ein spektakuläres 0 zu 0. Ich sage, es wird wirklich spektakulär. Allerdings ein Remis 3 zu 3. Werbung Ende. Entschuldigung. Und zum Abschluss der 90. Episode gibt es noch ein paar User-Fragen bei FAC-Zwara-Konferenz. Und da starten wir gleich voll durch mit der ersten Frage von Franz Ferdinand. Welches Team hatte beim Aufstieg die größte Punkteanzahl? Ich würde jetzt einmal eher den Vergleich nach 21 Runden ziehen. Hat sich das gesagt. Das habe ich mir rausgesucht. Der GRK aktuell 51 Punkte. Nach 21 Runden gab es nur zwei Teams, die mehr Punkte geholt haben. Nämlich Austria-Salzburg 77, 78 mit 52 Punkten und der Lask 93, 94 mit 54 Punkten. Der GRK also mit einer besseren Saison aktuell als die Aufstiegssaison der Admirer, die damals ja auch sehr stark war, vor 14 Jahren, 13 Jahren. Aber wer ist nicht zu sagen, Pölten, Punkte-Rekordhalter? Okay, aber das ist halt immer schwer zu vergleichen, weil einmal 36 Runden, dann wieder 30 Runden. Also von dem her müssen wir dann den Punkten-Schnitt anschauen. Aber sagen wir so, der GRK nach 21 Runden sehr gut unterwegs. Nächste Frage von L08. Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr von Michi Guteric oder Marcel Sabitzer bei einem GRK-Aufstieg? In diesem Sommer? Oder überhaupt? Nein komm, null. In diesem Sommer, ja. Also vielleicht schauen wir uns einmal im Stadion vorbei. Ich meine, ich bin mir gar nicht sicher, ob Michi Guteric und Marcel Sabitzer so eine enge Verbindung haben zum GRK. Ich meine, Marcel Sabitzer hat ja dann doch auch bei mehreren, bei der Admirer, dem würde ich jetzt eher mit der Admirer verbinden. War er auch bei der Austria, oder? Der war überall. Ja, von dem her bin ich mir nicht so sicher, ob der jetzt so die enge Verbindung zum GRK hat. Vielleicht doch ein Papa vielleicht. Ja, aber glaube ich eher, dass ein Michi Guteric, aber das... Ich glaube eher, dass Michi Gregorowitsch in ein paar Jahren, wenn Kapfenberg aufsteigt, vielleicht für seine letzte Saison unter seinem Papa dann in Kapfenberg wahrscheinlich dann nochmal spielen wird. Aber beim GRK sehe ich das ja weniger, vor allem in diesem Sommer nicht. Keine legendäre Rückkehr à la Michi Lindl? Nicht von einem der beiden. Warum beantworten wir diese Frage ernsthaft eigentlich? Die war ja auch nicht ernst gemeint. So wirst du. Okay. Weitere Frage von SoloViola33. Wie viele Zuschauer wird nächstes Jahr ein Dosen-Junior gegen SV Austria Salzburg Spiel mehr haben als ein gewöhnliches Glesheim-Bundesliga-Spiel? 2400. 2400, das ist das Top-Spiel der Austria? Mehr. Achso, okay. Was glaubst du denn generell, wie viele Zuschauer Austria Salzburg in der kommenden Saison sind? 2800 im Schnitt. Okay. Also das ist eigentlich eher ein guter Schnitt. Ja. Das klingt sehr plausibel für mich. Das nehmen wir so. Hugo Sanchez hat auch eine Frage gestellt. Hast du es übersetzt? Ja, er hat es übersetzt. Amstetten hat letztes Jahr um die oberen Plätze gespielt. Wie erklärt sich der komplette Downfall? Kaderumbruch vielleicht nicht vertragen. Würde ich mal sagen. Es sind ja doch auch wichtige Spieler gegangen, vor allem mit im Sturm, im Feiertag. Der ist weggebrochen. Der war schon immer für die Dillern eigentlich verantwortlich und hat regelmäßig getroffen. Und ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob das so clever war, sich vom Fallmann zu trennen. Ich glaube, sie hätten das nämlich noch geschafft. So ein Turnaround. Zulieb. Ich glaube, auch beim Kaderumbruch vielleicht von den Charakteren her nicht ganz so richtig zusammengestellt. Den Kader, dann halt diese Verunsicherung, dann der Trainerwechsel, der die Verunsicherung gesteigert hat, dann in einem Negativstrudeltrainer gewesen, der irgendwie aus dem Schwer rauszukommen war. Aber ich glaube, es ist eine Summe mehrerer Dinge, die zu dem geführt hat. Ich glaube, Amstetten hat in der Vorsaison einfach überperformt. Die waren nicht so stark wie ihre Platzierung über Weiterstrecken der Saison. Und in der Saison underperformt man einfach, beziehungsweise hat wirklich auch, so wie du es sagst, ein Negativstrudel, da kommt man nicht raus. Denn, ich meine, Amstetten spielt in den letzten Monaten keinen schlechten Fußball, aber man gewinnt einfach keine Spiele oder man gewinnt zu selten. Und dementsprechend ist man eben dort, wo man momentan steht. Mal schauen, ob es dann wirklich der Abstieg wird oder ob da noch ein paar Lizenzspielereien Amstetten doch noch rettet. Könnte auch noch entscheidend werden in dieser Saison für die Mostviertler. Snorreli mit der Frage, wer holt sich die Torjägerkrone? Dario Tadic. Kein Daniela? Dario Tadic. Daniela, sagst du? Bitte Daniela. Hot Take. Ui. André Leibold. André Leibold? Ja. Ja, hätte er auch noch. So, außenseiter Chancen, aber ich sage dir, der holt sich das noch. Ja, dann gehe ich mit Daniela. Also, Daniela Leibold oder Dario Tadic. Matthias Merath. Welches Team ist für euch eine Wundertüte in Liga 2? Gibt es viele? Für mich ist die ganze Liga eine Wundertüte. Ja. Würde ich jetzt auch sagen. Also Kontinuität ist wenig ergebnistechnisch zu sehen, außer beim GK. Ja, ansonsten gibt es immer wieder Hoch und Tiefs bei allen Vereinen. Viva La Liga Wundertüte. Sehr gut. Gefällt mir. Vielleicht lassen wir uns vom Überraschungsei sponsern. Zwei Konferenz. Ist das der Osterschmäh? Überraschungsei. Später der Osterschmäh. Okay. Und abschließend noch die Frage von MartinW17. Mir taugt die Frage, ich weiß ja, du. Early Prediction, Meisterkampf 2024-25. Das ist so ein… Ich glaube Salzburg und Sturm werden wieder… Ja, ja, ja. Jetzt komm. Early Prediction, Meisterkampf in Liga 2 2024-25. Nimm die Frage ernst von Martin. Ich nehme sie ernst, ich bin mir von den 16 Vereinen jetzt gerade einmal wahrscheinlich bei 8 sicher, dass sie in der Liga sein werden. Ja, eh. Und? Sind da Meisterkandidaten mit dabei? Ja. Dann sag's. Ich sag jetzt einmal, es wird sich entscheiden zwischen Leo Obenried und dem Bundesliga-Absteiger, wer auch immer das sein wird. Ich sag nächste Saison, ganz großer Meisterkampf zwischen der SV Ried und Austria-Lustenau. Okay. Na ja, dann sag ich GRK und St. Pölten. Uh! Tierlose. Spinnst du? Okay. Fast. Ja, schauen wir mal, wer dann schlussendlich rechtbomt wird. Ich glaube, ich bin besser unterwegs. Aber egal. Das soll's gewesen sein. Zwarer Konferenz. Episode 90 ist abgedreht. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tragt es in die Welt hinaus. Viva der Liga 2. Ciao. Ciao. Servus. Was? Bitte? Jungs und Mädel. Ich schau an. Liga 2. Was? Bitte? Ich schau an. Liga 2. Was? Bitte? Ich schau an. Liga 2. Du auch? Nein. Ich hab groß die Frau gekonfertiert. Zwarer Konferenz. Der Podcast zur zweiten Liga bei Lowlines.